Ja, Folge Nummer 4 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind hier im BGL Berchtesgadener Land und wollen dieses ein bisschen nachspielen in dem Sinne von der Landschaft her und wir sind letztes Mal hier gewesen und haben hier Wohngebiete freigeben, die schon alle bebaut sind, bis auf dieses Grundstück da glaube, obwohl da gerade auch gebaut wird. Das sieht ja krass aus. Industrie fehlt definitiv auch noch. Da müssten wir mal überlegen, dass wir hier in das Waldgebiet weiter reinziehen vielleicht und schauen, dass wir da noch was hinkriegen. Die Straße, die da reingeht, ist aber eine richtige. Wir können ja auch so eine Waldweggeschichte machen. Das würde ich jetzt hier hinten weiter favorisieren wollen. Würde ich jetzt mal so da reinbauen wollen, ne? Da steht jetzt 180 Grad. Das sieht doch gut aus, oder? Zack. Und das ist dann der Waldweg. Okay, jetzt müssen wir natürlich nach Wasser schauen. Das ist nicht so weit gebaut. Ja, haben wir natürlich schon so gezogen hier, ne? Vielleicht ziehen wir das dann mal noch hier so. Und da so. Dann würde das bedeuten, dass wir da natürlich eigentlich hier so nochmal loslegen sollten. Vielleicht da so los. Das würde funktionieren. Steht auch 180 Grad Wind dran. Das wäre cool gewesen, ne? Doch, steht da auch. Machen wir doch mal so, oder? So, dann läuft das Wasser auch. Ach, warmes Wasser gibt es auch schon? Nein, gibt es noch nicht. So weit sind wir doch noch nicht. Okay. So, jetzt brauchen wir Industrie noch weitere. Industrieflächen freigeben bedeutet das. Das ist jetzt zwar das falsche Auswahlwerkzeug, aber wir wollen ja doch so viel machen, ne? Und ich würde jetzt sagen, wassertechnisch ist das alles angeschlossen. Ja, sollte also kein Problem sein. Geht sogar ein bisschen weiter hinaus. Wie sind die Zonen hier? Ah, da fängt schon das Waldgebiet dann an. Öööö, das ist doof. Steuerung Z geht das? Nein, geht nicht. Ah, dieses Tool ist nicht so dolle. Heidekrautplatz jetzt, ey. Das ist ziemlich nervig. Warte mal, irgendwo war noch hier. Zurückdinger gehen nicht mehr. Gibt es nicht. Das wahrscheinlich jetzt, weil ich umgeschaltet habe, oder? Ja, schade. Heidekraut. Super toll gelaufen, oder? Löschen oder modifizieren Sie? Ja, schön wäre, wenn ich wüsste, wie es geht. Erstellen oder modifizieren Sie anstatt, indem Sie über ein Gebiet malen. Ah, gut. Das geht so. Alles klar. Dann sind wir zufrieden, weil dann funktioniert es auch wieder. Ich glaube, wir können hier das noch ein bisschen erweitern. Dann ist das doch viel besser, oder? Das gehört doch dazu. Schön. Ja, weg ist es. Rechtsklick bedeutet wegmachen. So, das bedeutet, hier haben wir aber auch schon, äh, sag schon, äh, Landwirtschaft dahin gemacht, ne? Äh, Bewölkern und hier sieht man spezialisiert Forstwirtschaft. Gut. Das bedeutet, hier müsste schon Forstwirtschaft sein, oder? Ist dem so, oder ist dem nicht so, oder? Ist die ausgewählte Fläche, ja, guck mal, da, wo Forstwirtschaft ist, ist noch nichts gebaut. Aber wir haben den Balken schon mal runter gemacht, das ist schon mal schön, ne, oder? So, jetzt bedeutet das noch hier, dass wir da in grün weiterarbeiten sollten. So, das ist auch schon fertig. Hier auch noch. Hier auch noch. Und da auch noch. Und letztes Mal habe ich gesehen, sind hier eigentlich noch zwei Felder über. Ne, die gehen gar nicht. Okay. Dann halt nicht. So, hier ist natürlich noch Kreuzungsbereich und wir brauchen noch blaues. Und da würde ich aber jetzt umstellen auf das hier. Weil ich würde das jetzt mal so machen wollen. Und hier. So. Und da. So. Dann haben die da auch was. Was ich daneben mache, weiß ich noch nicht. Müssen wir aber weglassen. Da gibt es ein Problem mit Strom. Ja, die sitzen noch auf einer Insel. Wird aber bestimmt gleich hier was gebaut. Und dann erschließt sich das doch auf Dauer, oder? Da oben ist schon was hingekommen. Aber das ist auch ein Park, den wir da gesetzt haben, oder was ist das? Wird schon werden. Ja, wir sollten aber trotzdem mal überlegen. Wir haben jetzt hier über den Fluss nur eine Trasse. Vielleicht sollten wir mal hier noch eine zweite bauen. So zur Sicherheit. Kostet uns zwar jetzt ein paar Mark, aber dann fließt der Strom über zwei Stellen. Besser ist das. So. Die sitzen da immer noch auf einer Scholle. Ist aber ein Park, also ist das nicht so wild. Dann ist der Park halt ohne Straßenlaternen beleuchtet. Gut, so weit, so gut. Hier unten sieht es prima aus. Wir sind schon bei 9000. Wir müssen ja noch hier ein bisschen Strom kriegen. Mehr. Das müssen wir dann noch schauen, dass wir das hinkriegen in Richtung... in Richtung Kohlekraftwerk. Dafür brauchen wir 19.000. 10er haben wir jetzt. Also das sieht doch erstmal schon mal ganz gut aus. Hier auch. Wir sind da schon gut unterwegs. Allerdings, wir sind schon am Limit hier. Also darf auch nicht mehr groß werden jetzt. Hier sind wir mit Wasserversorgung unterwegs. Schmutz, nee, Frischwasser hier. Schmutzwasser da. Ja, das sieht aber auch gut aus. Alles verseucht, gut verseucht. Müllabfuhr hatten wir hier oben. Und die bringen auch überall, vielleicht hier in der Mitte eher weniger. Aber das ist dann halt erstmal so. Schule hatten wir hier unten nur eine. Ja, okay, die kostet uns aber auch eine ganze Ecke Geld, wenn wir dann eine zweite machen wollen. Müssen wir dann nochmal hier irgendwo machen. Ich denke mal hier auf diesem Stück sollten wir vielleicht so hier Gebäude machen. Oberschule haben wir nicht, ist klar. Und so ist auch noch nichts. Ist aber nicht so schlimm. Grundschule ist sogar gut verseucht angeblich. Zufriedenheit der Bewohner ist eigentlich auch ganz gut. So ein paar sind immer meckern, ist klar. Gesundheitswesen haben wir hier rechts. Eine Arztpraxis. Bestattungswesen. Können wir denn schon Friedhof machen? Ne. Arztpraxis. Hier ist der Friedhof, oder? Was ist das? Kinderkrankhaus, okay. Kinderkrankhaus gibt es jetzt für alle. Ich dachte, es wäre erst mit dem neuen DLC. Aber wenn das für alle ist, ist es schon interessant. Ach, Altersheim auch für alle. Okay. Vielleicht ist das so. Dann ist es auch gut. Gesundheitswesen haben wir. Da können wir noch nicht mehr machen. Gut. Dann haben wir das schon geklärt. Dann haben wir hier Stufen von Grundstücken. Oh, gerade kein Strom. Siehst du, das sind die 19.000, die wir brauchen. Fünf Befehle noch. Wind ist klar für Windkraft. Der muss man gerade ein bisschen mehr pusten. Ja, unser größtes Problem wird diese Brücke sein. Da müssen wir irgendwann darüber nachdenken, vielleicht hier auch rüber zu gehen oder sowas. Weil diese eine Brücke, die wird uns noch ein Verkehrschaos bringen. Ein Verkehrskollaps, oder wie sagt man? Hier sind wir natürlich zweispurig rein und gehen dann auf einspurig. Vielleicht sollten wir hier abzweigen. Hier rum nach da hinten gehen, dann mit einer zweiten Geschichte. Das müssen wir dann mal schauen, oder? Ja, denke ich, das werden wir auf Dauer so machen. Können wir ja mal gerade gucken. Das ist hier dann eine Vierspurig. Ich glaube, das ist eine Vierspurig, ne? Aber eine Autobahn ist das nicht, oder? Doch, muss ja eigentlich eine Autobahn sein, ne? Ne, kann eigentlich nicht sein, oder? Ich weiß es nicht. Das würde bedeuten, wenn wir das hier richtig machen, dann müsste das ja so laufen, dass wir hier höher gehen und von hier nach da eine Brücke machen. Einmal bitte drehen, damit ich das so sehe. So machen. Ne? Einmalstraße ist auch richtig, ja? Aber die kann ja von da nach da gehen, dann wird es ja billiger, ne? 900 können wir uns mal gerade leisten. So, das ist so. Und dann machen wir diese schicke Straße hier. So, runter. So, ne? So, natürlich nicht. Kann man hier einen Schritt zurück? Nein, können wir nicht. Das hätte so schön sein können, ne? So, auf ein neues. Bagger aus. Wir wollten dieses Stück Straße von hier oben so rum geschwungen bauen und das Ganze nach unten. So. Sieht schick aus, oder? Und dann nach da. So wollte ich es haben. Und hier soll das Ganze so sein, dass wir machen wir besser erst mal hier. jetzt funktioniert das hier nicht raus, oder wie sehe ich das? Sag jetzt nicht. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Buben, eine Kleidstadt. Wir haben die nächste Stufe erreicht. Gebiet, zwei mal zwei Kilometer können wir dazu kriegen. Wir haben Transport. Da gibt es jetzt den Bus oder sowas. Einziger der Gebäude, Stufe 3. Eine Fähre geht, Bus geht, Straßenbahn geht und Taxi geht. Mit Spezialisierung in der Erzindustrie und Recycling gibt es bei neuen Richtlinien. Kontrolliertes Drogenkonsum, Zusatzisolierung, kein Strom fürs Heizen. Nur Strom fürs Heizen, lieber mit der Fähre und hohe Ticketpreise. Neue Straßenkreuzungen und mit Busspur und Taxispur und mit Straßenbahnen geht auch was. und Fährweg. Okay, das ist natürlich cool mit dem Fährweg. Dann könnte man tatsächlich jetzt eine Fähre dann da machen. Das finde ich ja total toll. Warmes Wasser ist wichtig. Mautstelle, Mautstelle, zwei Richtungen. Friedhof haben wir jetzt, Kinderkrankenhaus, Altersheim. Busdepot, Fortschritt der Windturbine, die ist ganz wichtig und Taxidepot etc. Das ist das, was die Straße bringt. Kleine Notunterkunft haben wir jetzt. Also eine Katastrophe Trobenschutz ist auch dazugekommen. Fährkai, Fährhaltestelle, Fährdepot. Krass. Sehr schön. Einzigartige Gebäude. Ist der Wintermarkt, den hatten wir aber schon. Also naja, da wird auch irgendwas bei sein. Schöne Stufe und vor allem viel Geld jetzt dazu, oder? Ja, interessant, dass das nur so läuft, oder? Aber so ist ganz nett dann, oder? Würde ich jetzt erst mal so machen wollen und dann würde ich hier oben nochmal anpacken. Ne, das nicht. Wir packen hier unten an und gehen dann da hoch auf diese Straße zu. Ne, könnte ein bisschen kürzer sein. Also müssen wir erst den Klick machen. Warte, wir sind... So geht's. Und diese Straße können wir jetzt noch da... Ne, das ist so krass da. Das ist schön angepasst. Achso, warte mal. Ne, das ist dann schlecht. Dann müssten wir das hier ein bisschen anders machen. Dann müssen wir das letzte Stück wieder weg. Und wir wollen da ja vielleicht schon mit einer viersporigen Straße arbeiten. Das ist sechssporig. Ne, ich mach da viersporig hin. Und würde die gerne von da kommen lassen. So. Und dann so. Und dann machen wir wieder zweispurig. Diese. Die geht von da halt... Ja, das wäre jetzt schön, wenn die anders einsnappen würde. Kriegen wir das so hin? so geht's, oder? So geht's, oder? So, und dann gehen wir wieder auf die viersporige und fahren mit der mal hier weiter lang. Da ist ein dicker Berg, das bedeutet, wir wollen eigentlich hier rum, ne? wo hätten unsere Scholler auf, da? Und wo ist da? Das ist schon da drüben, okay. Gucken wir so rüber hier dann. Ich glaube, wir fahren hier so rüber. Passt schon. Gut. Dann sind wir da ein Stück weiter. Haben die Straße schon wunderbar gebaut. Haben hier so einen Feldweg, der dann da hier vielleicht aufgerüstet werden muss. Das wäre eine ganz normale Straße und die müssen wir hier noch upgraden. Und vielleicht da auch noch upgraden, ne? So, jetzt geht die von da aus noch bis dahin durch, dann ist alles gut. Und da geht's im Wald rein, dann passt das schon. Okay, dann sieht das doch ganz schick aus, oder? So, das ist unsere super duper Straße, die wir dann nachher irgendwann wahrscheinlich hier umbauen müssen. wegen dem Anschluss da. Jetzt die Frage, gibt's da jemanden, der das nachher annimmt? Also hier kann man rein und raus fahren, dann passt das schon, ne? Nach da braucht keiner, weil... Achso, da ist der Schnee. Ich wollte gerade sagen, wie sieht die Straße denn aus, aber das ist der Schnee. Alles klar. Ja, dann haben wir den zweiten Einfahrt dann auch geschafft. Dann ist doch alles gut, oder? Müssen wir hier noch noch verbinden. Blöderweise. Ist da dann ein Haus im Weg? Aber da die sowieso am Meckern sind, machen wir das ganz einfach so. Tschüss. Euch ist hier zu laut, dann machen wir das anders, damit es nicht mehr so laut ist. Und euch ist es auch noch zu laut, das bedeutet, da kommt gleich ein Ding ins hin. Wie heißt das? Blaues Gebiet. Allerdings machen wir da jetzt erst die Straße weiter. und zwar machen wir sie gerade bis dahin. Dann gibt es dann hier das blaue Gebiet noch. Passt. So, und hier muss es dann nur ein bisschen lang geworden, aber es ist nicht schlimm, wir können ja die vier Spurräge dann auch darüber wegziehen. Das machen wir aber auch noch gerade. Ja, machen wir so. Fertig. Und die wird dann nachher irgendwie so in dieses Gebiet gehen, was wir, wenn wir da noch eins zukaufen, was wir, denke ich, ja definitiv mal machen werden. Das könnten wir jetzt auch schon machen. So ist es nicht. Wir hätten ja die Möglichkeiten, hier noch ein weiteres Stück zu kaufen. Aber da müssen wir mal schauen, welche Bereiche wir da nehmen. Und das weiß ich noch gar nicht. Gut, also, wir sind jetzt hier erstmal soweit zufrieden. Hier sind noch ein paar am Meckern wegen zu laut. Das würde bedeuten, ihr werdet demnächst definitiv auch anderes Farbton bekommen, nämlich blau. Dann meckern die auch nicht mehr. Ja, geht das so einfach? Nee, ne? Nee, geht nicht so einfach. Aber so geht's, ne? Und tschüss. Und blau. Sehr schön. Dann meckert ihr auch nicht mehr über Windkraftanlagen. So kann man solche Probleme natürlich auch lösen, ne? Gut, da haben wir das schon wieder ein Stück weiter. Hier geht's jetzt mit dem Strom. Und das wird das ändern. Ich glaube, das kommt dann hier hin. Haben wir schon. Oh Gott, wir haben, wir schwimmen im Geld, ne? So, und das bedeutet, hier wird ein Kraftwerk hinkommen. Denke ich mal. Irgendwo hier. Da geht's vom Platzangebot her nicht. Irgendwann hier geht's dann. Ist mir da aber schon. Dann würde ich's lieber hier hinsetzen wollen. Da sitzt das schon ganz gut, glaube ich, oder? Zack. Und dann gibt's noch einen Strom. Ach, brauchen wir gar nicht. Ist schon angeschlossen. Super. Passt. So, jetzt haben wir kein Stromproblem mehr, ne? Naja, obwohl so. Obwohl, da ist das schon aktiv. Ich weiß es nicht. Wir werden das sehen in der Zukunft, ne? So, da haben wir hier Wasserreservoir-Vorrats-Tanks dazu gekriegt. Also, wir müssen mal hinkommen. Was ist das? Frischwasser austritt. Okay. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Und hier haben wir definitiv schon mal Geschichten mit Warmwasser. Ja, die sollten wir dann auch favorisieren, weil, wenn wir's haben, dann haben wir auch nicht mehr so ein Stromproblem, weil momentan heizen die ja alle mit Strom. Hier unten ist ein ganzes Gebiet ohne Leute. Wir verarbeiten das. Okay. Alle haben hier keinen Bock zu wohnen, weil, ne? Keine Ahnung. War wahrscheinlich kein Strom da, ne? Kann das sein? Aber ist keinem Ding. Das kriegen wir gerade schön aufgeräumt noch. Und dann ziehen da gleich neue Leute hin, oder? Ja, kommen sofort die Häuser, wie man sieht. Alles ist gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Habt ihr noch kein Abo? Macht eins. Gefällt euch die Folge? Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt ihr mit, wenn ich das Video hochlade oder ein anderes auch. Und Kommentare. Schreibt rein, wie es euch hier so gefällt. Was wir noch machen sollen. Ob ihr da irgendwie Lust zu habt, da was beizutragen. Das fände ich cool. Und ja, das ist dann noch die Möglichkeit, dass ihr dieses Video auf anderen Seiten auch teilt, damit mehr daran teilnehmen können. Alles klar, würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Feuer müssen wir mal löschen. Gewitter noch schlimmer. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Wird das gut. Und ja,